Ich bin Joel Büheler. Ich habe die Lehre hier an der BZWU gemacht, in der Treuhandbranche. Dann habe ich den Sachbearbeiter in Finanz- und Rechnungswesen gemacht, auch hier an der BZWU. Momentan mache ich den Fachausweis in Finanz- und Rechnungswesen, auch hier an der BZWU. Ich bin seit der Lehre sehr zufrieden mit der BZWU. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, sei es in der Lehre gewesen oder im Sachbearbeiter. Darum habe ich mich auch hier wieder für die BZWU entschieden. Ich habe bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen mit den Lehrern gemacht. Sie sind immer auf meine Bedürfnisse eingegangen, wenn ich Fragen hatte. Mir persönlich hat der Lehrgang geholfen, im ganzen Finanzwesen mehr Bescheid darüber zu wissen, mehr Infos den Kunden weiterzugeben und ihnen auch zu helfen. Der Lehrgang unterstützt mich im Berufsalltag sehr stark. Am besten gefällt mir an dem Lehrgang, dass ich die Theorie, die ich lerne in der Schule, auch jeden Tag im Alltag umsetzen kann. Ich darf immer die neu gelernten Inhalte sofort in der Praxis umsetzen. Somit kann ich die Theorie und Praxis perfekt miteinander verbinden und das hilft mir extrem. Mein eigener Marktwert ist sehr stark gesteigert worden. Ich konnte mir viel Wissen aneignen, das ich auch in der Praxis weitergeben kann, den Kunden. Und somit war es perfekt für mich. Ich denke, der Lehrgang ist für Personen geeignet, die schon Forderkenntnisse in der Finanzbranche haben, die allenfalls einen Sachbearbeiter schon gemacht haben oder einen Lehrer in der Finanzbranche schon abgeschlossen haben. Die Herausforderung ist, neben dem 100% Arbeiten auch noch am Abend in die Schule sitzen und mich 100% für die Schule konzentrieren zu können. Am besten im Unterricht gefällt es mir, wenn ich Erfolg habe, wo ich merke, wo ich etwas gelernt habe und dann auch aufgeht. Das gibt mir immer ein gutes Gefühl. Meine Zufriedenheit ist sehr stark gesteigert worden, weil ich auch das Wissen zu den Kunden weitergeben kann und für mich auch ein gutes Gefühl gibt. Dieser Lehrgang Fachausweis in Finanz- und Rechnungswesen würde Berufsleute empfehlen, die wissenshungrig sind, die Verantwortung übernehmen wollen und im Geschäft auch den Kunden einen Mehrwert liefern wollen. Am besten am BZWU gefällt mir der Umgang der Lehrer mit den Schülern. Es wird immer auf die Schüler eingegangen, wenn sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben. Die Stimmung in der Klasse intern war sehr gut. Alle Leute, oder die meisten zumindest, waren sehr wissenshungrig. Sie hatten den Willen zum Lernen und das finde ich immer das Wichtigste.